Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du hierher gefunden hast und schön, dass sich das Thema Meditation interessiert und dass du dir selbst etwas Gutes tun möchtest und in den nächsten 24 Tagen regelmäßig mit mir zusammen meditieren möchtest. Wir werden jeden Tag zehn Minuten zusammen meditieren, nachdem ich zunächst ein paar Kleinigkeiten erklärt habe. Am Anfang wird es hauptsächlich darum gehen, wie man überhaupt sitzen kann, ob man so sitzen mag wie ich. Ich sitze meistens in einem Viertellotussitz oder ob man auf einem Stuhl sitzen kann, was man mit den Händen macht, was man mit dem Rücken macht, mit dem Kopf, mit der Atmung. All das wird von mir in kurzen Impulsvorträgen vor der eigentlichen Meditation erklärt. Danach kommt dann eine zehnminütige Meditation in der Stille und das war es dann auch schon für einen Tag. Wenn du bereits Erfahrung hast, dann kannst du direkt an der heutigen Meditation teilnehmen. Ansonsten würde ich dich bitten, dass du dir einen Stuhl oder ein Sitzkissen organisierst und einen Platz suchst, einen Ort, an dem du die nächsten 24 Tage deine Ruhe haben kannst und dort regelmäßig meditieren kannst. Ich danke dir schon mal dafür, dass du hierher gefunden hast und freue mich jetzt darauf, mit dir zusammen diese Meditation zu erleben. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.